Ja, hallo. Heute möchte ich euch das Plakat einer Versandapotheke zeigen. Warum? Weil die Versandapotheke Recht hat. Sie fordert, wer ins Bett gehört, sollte nicht zur Apotheke müssen. Das sehen wir genauso. Denn wenn man zum Beispiel richtig erkältet ist, vielleicht sogar Fieber hat, dann ist Bettruhe das wichtigste, um schnell wieder gesund zu werden. Und aus diesem Grund sind unsere Boten den ganzen Tag unterwegs, um Medikamente zu unseren Kunden zu bringen. Und das schnell, zuverlässig und kostenlos. Und natürlich noch am selben Tag. Denn wer ins Bett gehört, der braucht seine Medikamente sofort. Aber Herr, warte. Ich habe ja auch! Untertitelung des ZDF, 2020